Dein Mann? Wie kann der bloß dein Mann sein? Wie konntest du seinetwegen Dad verlassen? Dad verlassen? Marty, geht's dir etwa nicht gut? Nein! Nein, es geht mir nicht gut. Ich verstehe nicht dein einziges Wort. Ich weiß nicht, was hier los ist und warum mir keiner eine ehrliche und offene Antwort gibt. Oh, diesmal müssen sie dir ganz schön doll auf den Schädel geschlagen haben. Mom, hör zu, ich will nur eins wissen. Wo ist mein Vater? Wo ist George McFly? Marty. George, dein Vater ist am selben Ort, wo er die letzten zwölf Jahre verbracht hat. Auf dem Oak Park Friedhof. Auf dem Oak Park. Auf dem Oak Park. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 CD-Player 345 Mark Tapeten und Kleister 192 Mark Die erste eigene Wohnung. Unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Eurocard. Die richtige Karte für jetzt und für später. Untertitelung. BR 2018 Und wie alle Kinder kriegen sie irgendwann Lust auf was Süßes. Damit sie dann nicht irgendeinen Schokoriegel essen, gebe ich ihnen Kinder Country mit. Kinder Country enthält vier verschiedene Frühstückscerialien in einer reichhaltigen Milchfüllung, umhüllt von bekömmlicher Schokolade. Deshalb bin ich froh, dass Kinder Country so gut schmeckt. Da sind ja auch viele Sachen drin, die meine Kinder schon zum Frühstück gerne mögen. Kinder Country. Der Schokomilchgenuss mit den vier Frühstückscerialien. Sonne für die Sinne. Der milde Mittagsa. TV Today. 14 Tage volles Programm. Jeden Tag auf mindestens 10 Seiten. Alle Spielfilme im Überblick. Mit ausführlichen Kritiken und Tagestipp. Dazu die Highlights des Tages nach Spaten geordnet. Und damit sich jeder überzeugen kann, gibt's die aktuelle TV Today für eine Mark. Saustark. So viel hat verändert, seit wir in London waren, Marjorie. And some things never change. Just like After Eight. Don't you agree, old chap? Oh, After Eight. My favorite. After Eight. Die feine englische Art. Was wäre, wenn diese Figuren tatsächlich sprechen könnten? Wenn sie laufen könnten? Die Idee war großartig. Es ist möglich, dass sie defekt sind. Die Folgen bösartig. Oh, das wird wehtun. Small Soldiers. Überzeugen Sie sich von TV Today. Das aktuelle Heft gibt's für eine Mark. Saustark. Du, bleibst du zum Frühstück? Take me off to the paradise. Take me off to the paradise. I'm going home with you tonight. To the playground of your mind. Ja. Schwartau Extra. Schwartau Extra. Das erste Extra des Tages. Bei der DEVK können Sie jetzt einen von vier Beatles gewinnen. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir informieren Sie auch gerne unverbindlich über unsere günstigen Kfz-Versicherungen. DEVK. Preiswert und nah. What you want, baby, I got you, all I'm asking you, it's for a little respect when you're just a little bit, mister, just a little bit. I ain't gonna do you wrong, why you gone, all I'm asking you, it's for a little respect. Bitburger, sehr begehrt seit 1817. Laura Pausini, Italiens weiblicher Superstar. Endlich, das neue Album La Mia Resposta. Mit der Hitsingle Un Emergenza d'Amore. Laura Pausini, jetzt bei GDM aktiv und überall, wo es Musik gibt. Hallo, ihr da draußen. Ich krieg grad wahnsinnig Lust auf... Nur wer sie knackt, weiß, wie sie schmeckt. Rittersport. Wie lang? Ein paar Minuten. Vielleicht zehn Minuten. Fünf Minuten, und das war's. Und was kann dein Hustenbonbon? Viel, viel mehr. Airwaves. Der neue Atemfreikaugummi von Wrigley. Schmeckt gut und bei jedem Biss durch Fluten, Eukalyptus und Menthol, Mund und Nase. Schon atmest du frei durch. Er wirkt und wirkt und wirkt. Der neue zuckerfreie Airwaves von Wrigley. Draufbeißen und durchatmen. Jetzt neu. Das kostenlose Girokonto der Citibank. Mit kostenloser Visa-Karte. Von der weltweit größten Privatkundenbank. Citibank. Nach dem dritten Date wusste Jack, es war vorbei. Die Abende mit den Jungs. Die netten Aussichten am Strand. Das Leben ohne Kamm. Kein Wunder, dass Jack eine Pause brauchte. Verpassen Sie nicht. Bite of the Twigs. Ein Film über die Freiheit, einen Neuanfang und einen unglaublich leckeren Schokoriegel. Und über eine Frau, die einen versteht. Oder etwa nicht. Finisse-Sahne tut gut nur für die Brankien. Darum haben wir Finisse-Bonbon erfunden. Das tut gut für Hals und Rachen. Wer hat's erfunden, hä? Die Schweizer. Wer genau? Vom Ricola. Ricola, Schweizer Kräuterzucker. Natürlich aus der Schweiz. Und aus 13 Kräutern. Ricola! Ricola! Bounty. Traumhaft exotisch. Megakino am Halloween. Steven Spielberg präsentiert das vierfach Oscar-prämierte Science-Fiction-Abenteuer, das die Welt berührt. Michael. Für ihn sind wir die Außerirdischen. Ich Mensch. Alien. Das berühmteste Alien der Filmgeschichte. Oh nein! Zu Besuch bei uns Erdlingen. E.T. Telefonieren nach Haus. E.T. Der Außerirdische. Samstag, 20.15 Uhr auf ProSieben. Der Megafilm. Animalisch. Bestialisch. Infernalisch. Der Job eines Tierdetektivs verlangt vollsten Körpereinsatz und jede Menge Stimmgewalt. Keiner beherrscht ihn so wie er. Mann, hab ich seit immer, hab ich recht. Jim Carrey. In der Komödie, die ihn zum Weltstar machte. Ace Ventura. Ein tierischer Detektiv. Nächsten Freitag, 20.15 Uhr auf ProSieben. Nein. Nein. Das darf nicht wahr sein. 15. März 1973. Nein. Oh, bitte Gott, nein. Nein, bitte Gott, nein. Ich blähe dich an, Gott, das kann doch nicht passiert sein. Das, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch völlig un... Tut mir leid, Marty, leider ist es passiert. Und zwar alles. Stark. Als ich das von deinem Vater erfuhr, dachte ich, dass du herkommen würdest. Dann wissen Sie, was mit ihm passiert ist. Sie wissen, was am 15. März 1973 geschah? Ja, Marty, das weiß ich. Ich war in der Stadtbücherei um eine vernünftige Erklärung für diesen Wahnsinn. Ich war in der Stadtbücherei um eine vernünftige Erklärung für diesen Wahnsinn.